und damit hallo leute ich bin der Bruga und ihr seht hier The Complex das reiht sich in die Echtfilmspiele ein wie unter anderem The Bunker oder auch keine Ahnung The Last Shift oder was ich sonst noch gespielt habe da war noch als so ein russisches ich weiß nicht mehr war nicht allzu gut aber ja das spiel hier werde ich jetzt komplett am stück spielen es wird also ein einteiler werden so ein abendfüllender einteiler nehme ich jetzt mal an also es geht schon ein paar stunden vermutlich und ich möchte erst bei meinen kanalunterstützern danken die da wären ltc delta 216 obergeil daiju mr numdos for you romana sonntag itobi 1337 x rock rex beast simon k sora damien misama elf capsul xavanger patrick k tvd mr wain encore 90 caruso erasion kurane nix da und rufus platus und viele viele andere die mich unterstützen vielen lieben dank dafür und wenn er mich auch unterstützen möchtet schaut doch gerne mal auf den link in der video beschreibung und damit starten wir jetzt ein neues spiel würde ich sagen wells interaktive waren übrigens auch die die für the bunker verantwortlich waren also kann man hier von derselben qualität ausgehen würde ich sagen vielleicht sogar besser so Okay, so I've done, uh, full-body cleanses on both of them. Space is sterile. Did you get blood samples for Kensington's research project? Mm-hmm. Nice work, Dr. Wakefield. So another drone? Yeah. They dropped a nerve agent on their apartment block. A woman was coming home from the shops. The boy was playing with a soccer ball. What, you mean, uh, a football? Hi. I'm Amy. You're... Dalo. Pleasure to meet you, Dalo. Are you gonna hurt me? Yeah. I'm team doctor. You got injured, but I'll have you back playing football very soon. Okay? Reese, I need to administer atropine. Yeah, I didn't get a chance to restart the vials. Supply tent now! It's okay. Tell them. It's okay. Atropine injections worked on everyone I treated in Syria. Okay? Hey. 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 You're right, you're right. What's your name? Dima. We're not safe here. The Supreme Leader ordered this attack. We're here to help you. He's going to kill us. Those of us who stand against him. Tell me. I hope not. I don't know what that is. We're treating you early, so you've got a great chance of survival. I listen to liars every day. You are not a good one. Please, breathe. Look at me. Breathe. Look at me. I need... I need to save my baby. Sorry. Oh, ich muss mich jetzt entscheiden, für wen, oder? Ey, das ist mies. Oh, rette Dalo oder rette Dima? Aber die haben Dalo falsch geschossen. Ich muss leider die Frau mit dem Kind retten, Leute. Dima, gib mir deinen Arm. Dima, bitte. Du musst mir vertrauen. Okay? Das wird dich und dein Baby retten. Du bist mit dem Supreme Leader. Du willst mein Baby töten. Wow. Warum ist die Spritze aus Glas, bitte? Reese, wie soll ich sie retten? Reese? We stand on the precipice of history. I'm Dr. Amy Tennant, and I'm here on behalf of the visionary Natalie Kensington to inform you how your investments have made that possible. Firstly, we've been using your billions for the greater good. The Kensington Corporation's relationship with Kindar has flourished since the resolution of its civil war. Our teams have been working on development projects with some of the country's top scientists. Natalie has even developed an internship program for some of the country's brightest young minds. In fact, some of our Kindarian interns are here with us today. Oh, hey. Is Kindar still a totalitarian state? Human rights violations and all that shit? Ähm, ich ignoriere das mal nicht. Kindar is at peace, but your concern is understandable. May I continue my presentation? I'm just saying, it's bad PR for us to associate with Kensington. She's dealing with the dictator. Well, as you've seen, that's simply not the case. Why is there so much research happening out there? It's a fucking waste of our money and resources. Kindar is a former British colony and we're all here trying to help it recover. It seems like good philanthropic PR to me. And it's a tax haven? Go on. Auf einmal ist es wieder okay, oder was, ja? Now, the real reason you're here. The Kensington Complex. Our impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplany. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. I'm sure all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Yes, the first person to step foot on Mars will be British, if we can hurdle this final obstacle together. We can't fit a hospital on a 10-ton Marslander. How do we get around this? Nano-Cells. Stem-Cells, interwoven with Nanotech. Once inside a host, they migrate to the site of injury. There, they regrow bone and generate extra blood to help catalyze the healing process. Tiny magic bullets. Stammzellen-Forschung ist jetzt cool oder was? Ich dachte, das war nur Neuseeland, der Fall. What's your problem? Wow, erst mal filmen, ey. Das ist ja assi. Das ist, natürlich, ein Mock-up. Die real Nano-Cells sind noch in development und sicherlich zurück in der Komplexe. Aber, wenn sie fertig sind, können wir begrenzigen Human-Trials begrenzigen. Having behandelt victims von Chemikal-Attacken all over the world, ich weiß, dass Nano-Cells können mirakel-Tecke sein. Oder das Gegenteil, und es ist ein Zombie-Virus. Oder eine Zombie-Maschine. Amy, du brauchst es, urgentemente. Hör auf, ich habe ein paar seriöse Gefühle über das. Wir brauchen das Geld. Naja, Nanotechnologie ist jetzt nicht unbedingt unnatürlich. Oder was? Ja, eine haben wir noch, komm. Kann man jemanden Qualifiziertes fragen? Der Typ, der hat überhaupt keine Ahnung. Amy hat mich als Head of Biotechnologie, weil das mein Leben ist. Und ich werde das geliehen. Amy? Natalie ist zufrieden. Ich bin sehr entschuldigt, aber ich muss auch gehen. Bitte bleiben und befreien die Krankenhäuser. Und danke dir, dass du gekommen bist. Lass uns gehen, Emily. Natalie sagt, dass sie direkt nach dem Komplexe geht. Was ist passiert? Ich muss dazusagen, die Untertitel sind ja noch nicht ganz final. Es ist schon wieder viral. Ich habe eine frühe Version, also nicht denken, das Spiel ist buggy oder so. Wird vielleicht noch gefixed, mal sehen. Ich weiß nicht, dass es die Pfeilung ist. Sie hat andere alarmierende Symptome, wie wir uns gesagt haben. Natürlich, jeder kreiert Terrorismus. Ein Suizidbomber mit einem mal funktionierenden Biowepon? Sie ist bereits in dem Komplexen und ist transferiert zur Sicherheit nach Alpha. Okay, warum ist das unser Problem? Weil sie eine unserer Internen ist. Was für Typen da sitzen, die Investoren? Auf den könnte ich verzichten. Keep your songs busy. It's basically. Okay. Bodies of a Renegade. Well, the prospect of losing a friend in a strange country. I can empathize for that. Today we need all your field experience, Sammy. Time to roll back the ears. You can say that again? You've got to be kidding me. Nat. It's been a while, Dr Wakefield. You got here fast. Well, there weren't any blood-vomiting ladies on my tube line. Rhys Wakefield. Hug. Let's walk and talk. So, which legend fed the media that anthrax rumour? I need to take this. Was it her? So, do we have a name yet? Claire Mahek. She's one of us. Inside job? No, she must be acting alone. Why else would she take the tube? Well, Uber doesn't offer a getaway car service yet, so... Look, have we considered the hysteria might actually be valid? Look, terrorism? I highly doubt it. Perceptive as ever. Hey, Amy, look. I promise, I didn't know you still worked here. If I did, I would have... Stayed away? Yeah, I'm sure. Look. Why are you skydiving? Or bungee jumping? Or whatever it is that you were up to? Because I'm passing through London. I checked my Twitter feed this morning, so something I could help with. Plus Kensington wants my expertise again. Well, she already has my expertise. I'm not disputing that. Nor am I apologizing for the skydiving. Guys, you gotta live. Ich mag diese ganzen verschiedenen Dialekte total gerne. Sie ist natürlich Ami, die Frau eben war Welsh. Ich weiß gar nicht. Aber sie hat einen geilen Dialekt da. Okay, danke. You didn't want to run this by me? Two Lifesavers are better than one. Reese Wakefield is a deserter. I know he's allowed us down in the past, but people change. Emily did due diligence too. Come on. Hey, uh, guys, can I just, uh, have five minutes? Just, uh, just need to use the gents. Can we go, please? Now, I'm going to use the toilet as well. There are toilets down there. Amy! Don't believe this. Ich bin neugierig. Der hat irgendwas vor. Und wir werden ja offensichtlich später mit ihm zusammen sein. Also nicht beziehungstechnisch, sondern mit ihm da vor Ort im Zelt. Genderfluid toilets. New policy. Was ist mit ihm los? Vor allem, warum ist die Tür offen? Da hat er gerade einen Panikanfall gehabt. Aber das finde ich das Coole an den Spielen hier. Also Filmspielen. Das ist relativ uninteressant manchmal. Aber es gibt einem immer neue Einblicke, wenn man die Situation neu erlebt. Der ist nicht lustig. Security Lab Alpha. So gar nicht lustig. Naad, ist das meine tech? Ja. Aber... 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 Ich meine, nichts leaves oder enters the lab without us knowing about it. Emily und I will get to the bottom of that. You just get the Nanocells. Otherwise, our life's work's gone. All of the Nanocells are inside of her. It was a master batch. No duplicates were made. Good luck. Oh mein Gott. Was? Ernsthaft? Hat die sich das selbst verabreicht? Oder... Wollte die es vielleicht rausschmuggeln und verkaufen? Oh mein Gott. You guys are serious about your fashion. Yeah, no more frumpy hazmat suits. Pressure suits? You'll see. Alright. Ne, also komm. Die hatten anscheinend mal was miteinander, aber ich bin jetzt nicht so vertraut mit ihm. Was? Does this feel personal? Claire? Of course. Well, she was in excruciating pain and she stumbled all the way to the tube station. Feels more emotional than just following orders. We're going into space. Er ist echt nicht lustig. Vacuum conditions active. Something like that. Echo! This vacuum acts as the last line of defence to prevent microbes from escaping the lab. The lack of air makes it sterile as hell. Well, that's great on a microscopic level, but it could do with some physical... Have you got it? Barriers. How long have you worked here again? Four years last Wednesday. Yeah. It's been that long. Just thinking about some of the stuff we saw. I saw a whole other year's worth after you left. It wasn't just skydiving. I needed a reset. Try new things. Learn anything that could help us today? I hope no. I don't know. Zu schade. Vakuum-Konditionen inaktiv. Wie ist eine Praktikantin hier unten hingekommen? Ich meine, die dürfte doch gar nicht hier sein. Die muss doch Kaffee kochen und den Boden wischen. Oder so. Was weiß ich. Dr. Thomas Malkin, Dr. Eberle North. This is Dr. Reese Wakefield. He'll be assisting us today. Cool pony cell. Let me take you to her. Feels like right the center of those dolls that go inside each other. Matthäuschka dolls. Yeah. Russian, aren't they? So what's your story then, Malkin? I've wanted to assist Dr. Tennant since I saw a talk at the plane summit about the extracellular matrix and latticin stem cells. Holy shit. It's attacking the bone structure. We've never seen anything like it. I have a sample of her blood under the microscope. Guys, this is my tech. The nano cells are inside her. But they're unfinished. There's no off switch so they're just coursing through her body producing excess bone and blood. But how could she have contracted them? From a spillage maybe. They barely survive for two minutes once they're exposed to air and she didn't have the authorization to access them. Someone's put them in her. No, no, no. Leave it in, Claire. You need it. It feels fucking weird. You a terrorist? It'd be a terrible one if I was. I did this for Nina. What's Nina? Terrorist organization. Oh, you stop that, please. Look, how many times have we seen a lone wolf release pathogens into the air? Nanosols aren't airborne. They can only be transferred via blood-to-blood contact. Answer call. Bio-terrorism suspect named as Claire Mahek, a Kendarian intern at Kensington. TV off. Tell me you can retrieve her nano cells? Not directly. We'd need to extract a large blood sample to keep them active. From there, I'll use that as a road map to recreate the master batch. Seems simple enough. She has plenty of blood to spare. Not exactly. Her new bone matter is consuming her body's resources at an accelerated rate. If I remove that much blood in one go, she'll die. And if she dies before you extract her blood? Without a living host, the nano cells will just dissipate. Au revoir, nano cells. So either way, she dies. Okay. Amy, we're gonna have to go for the option where we retain her asset. Natalie, I can't just... I'll get back to you. And cold. Oh. Also Ethik oder nicht jetzt, oder wie? What should we do, Doctor? Set up for a full blood diagnostic. There has to be a way to get the nano cells out of her safely. Doctor Wakefield, please replace her IV. I can't risk any outside contamination. Sure thing. Dr. Tennant. Habt hier keine Blutkonserven oder so? Kann man das nicht irgendwie schnell besorgen? Dass man sie... Ich weiß nicht. I need to replace this, okay? Don't bite me. Whoa! Shit, sorry. It's a little rusty, you know what I mean? And... Don't... Don't go anywhere. Oh, er hat... Er hat was in ihrem Blut. Hat er sich gestochen? Who delivered this crate? Oh, it was here when we arrived this morning. Well, it's in the way. It needs to be moved. Dr. Malkin, can you move this crate for me, please? Sure thing. Thank you. Dr. North! Dr. North! I'm sorry, my shoulder is plain up. Do you mind? Yeah. Cheers. Was... Was ist das für eine komische Szene gerade? Oh, my God! Oh, nein! Dr. North? Help me! Wait! It's not personal. Don't help me! Ah! 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 Was ist los mit dem? Ah! 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 Reese! Das klingt übrigens echt richtig weh, ich kenn das. Das ist nicht wie ein Film, dass man dann einfach weiterläuft. Da hat er allerdings recht. Siehst raus, ist ein großer Muskel, passiert nix. Ich bin currently der safest Person in diesem Raum. Good enough for me. Warum sind wir in Lockdown Mode? Detektiv die Poison von der Acid Bombe. Es wird nicht mehr in den Air für lange. Thanks for that. Call Natalie Kensington. Emily, wo ist Natalie? Es hat ein Inziden in der Lab. Ja, ich sehe das und die Biosecurity hat. Ich muss Natalie auf die Linie, jetzt. Ich weiß nicht, wer sie ist mit. Ja, okay, sie ist in ihrem Office. Ich kenne dich direkt zurück. Und kenne dich. Okay. Erst was erst, lass uns das clean. Okay, bereit? Mhm. Ich weiß nicht, ob der Typ jetzt ewig betäubt sein wird. Ich glaube nicht, dass sie so die Witzige ist deswegen. Ach komm, da ist ein dicker Muskel im Oberschenkel. Das ist auch nicht die Arterie oder so. Die ist an der Innenseite. Ich habe zu clean das Wound. Nein, 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 nein. Wir haben größer Fisch zu freien. Ah, okay. Ah, okay. Sie ist lustig. Claire ist lustig. Ich hätte das mit der Hand an der Scheibe gerichtet oder so. Der Typ liegt immer noch da und ist wahrscheinlich schon längst nicht mehr bewusstlos. Vielleicht ist er schon weg. Warum kennt er sich so gut aus hier? Ja? Was? Shit on me, Irene. The cavalry? In masks? Was the rumbling, though? Sound doesn't travel in a vacuum. Shit, they've deactivated the vacuum. No prizes for guessing who the brains of this operation is. God bless those security rules, eh? Und die haben Knarren dabei, habt ihr gesehen? Die sind her dumm cavalry. Und die Kindarian, auch. Ich wusste, du warst etwas größer. Bumpers all together, weil sie die gleichen features haben. Big eyes and big lips, auch. Die divisions in meinem Land sind complex. Those bunch are not from my team. And now they're fucking with us. Answer call! Amy, what's going on down there? You've been infiltrated, Kensington. Dr Malkin was a plant. Thanks to him, Dr North is dead and so are my dreams of becoming a professional footballer. But you killed Malkin? Yeah, as you know that. Emily checked security footage from the lab. I mean, does privacy even exist around here? There are three mass intruders in the void and they're armed. They've deactivated the vacuum and bypassed the security wall. I'm still alive. Make sure she knows that. Biosecurity is still enabled because you are safe no matter what. Well, unless they open the door with that magic laptop. I'll get on to this intruder situation. Not that I'm not grateful, but why is lockdown mode still active? The poison from the acid bomb has dissipated and the bioprotector is containing Claire's infection. It must be detecting something else. The safety of London is paramount. We can't risk a bug getting into the city. Amy, you need to extract Claire's blood, especially if the intruders have come for her. The nano cells cannot fall into the wrong hands. Well, there's an easy way to prevent that. We smoke, Claire. No! End call. Wow. Still can't keep your cool under pressure. She's responsible for this. That makes no sense. We're her only hope at retrieving the nano cells. Yeah, she's gonna let us extract the nano cells and then kill us by gunfire. Wow. Bleak much? All right, look. Parker Kaplanet designed this lab, right? Do you think he built an escape route, a back door, anything? I don't know. We'd have to ask him ourselves. Yoo-hoo! What now, Claire? Can you move the dead people? Glad that she mentions that. Yeah. As a comp. Okay. How about this one? Enough with the Natalie theories. Remember those new skills I was telling you about? Well, advanced computing is one of them. Programming, coding... Hacking? I prefer the term unsolicited browsing. Yeah, no, sorry. Hacking is better. Look, I know you two are besties. But I find Natalie a bit... Meh. Let's access her camera. Give her a little listen. This is how scientists get killed, you know. Where did you learn to do this? If I told you, I'd have to kill you. You ready? Wait, we shouldn't... Look. She's got nothing to hide. What's the issue? We're in this together. We need to cooperate if we're gonna survive. Yeah, come. If you don't realize it's not bad. Go ahead. The three intruders in the void have managed to lock every lift and door giving us access down there. Whatever they've done is called electrical blips throughout the entire building. There are questions. Have the security ideas announced an upgrade gone or die? No one can think this clear situation is any more serious than it already is. This seems planned, Natalie. There must be more traitors and omits. Emily, please. Two people are trapped in that lab with their prized assets. They are our priority. Announce the security upgrade. I don't know why, I'm going to stop you at all. Emily hängt da mit drin. Oh, dear God. I don't care about it. You're probably gonna trust me, I'm not sure if she calls. Who could the traders be working for? It's us the original. Wer ist Mina? Nein, nein, nicht ich. Oh man, thank you, seriously. How long have you been at the complex? A year. We've always had passing conversations on high floors, but I don't think you remember. I always wanted to work in this lab with you. Well, here we are. Claire, come on, just tell me what's happening so that I can help you. Oh my God, they're all. Mina. Who's Mina? Claire. She's about as useful as a chocolate teapot. Ready for more cryptic bullshit? Answer calls. Guys, you were right about the intruders. They've sabotaged the system and have electronically barricaded themselves in the void. Yeah. Tell us something we don't know, please. How are they bypassing our security system so easily? Kensington Corporation stock plummets. TV off. Rescue plans are being made. Well, have you contacted Parker Kaplany? He designed the lab. He'll know how to get us out of here. We've been trying, but he could be anywhere on the planet right now. Parker has no compunctions about who he builds labs for. As long as he pays quote. Excuse me. Hey, wenn das so ein Multi-Millionen-Euro-Unternehmen ist, dann haben die doch einen Sicherheitsdienst. Emily, wait. Please. Give us something. Help us. I'm sorry, Amy. My hands are tied. End call. Whatever they're doing up there, we need to come up with some ideas of our own. Und warum sagte Claire, dass Reese da drin hängt? I can hack the communication lines and get in touch with Parker Kaplany myself. Okay, awesome. You do that. I'm gonna look for a way out of here. Are you okay? Yeah. Ja, der hat nur ein paar Nanos abgekriegt. No, that's impossible. Even in lockdown mode, there's always a steady supply. Oxygen. Aha, meinst du, der Luftschacht führt an die Oberfläche, oder wie? Das wäre ein bisschen sehr Sicherheits-lag. Lost something? Welcome back, Sleeping Beauty. I need something to get me past that vent cover. Ich wünschte immer, dass ich größer war. Selbst mit zehn Zentimetern mehr willst du nicht rankommen. Amy, do you need a hand? Yeah. See, isn't we one leg? Wakefield is the MVP. Most vanishing person? Ooh. Sorry, that was harsh. No, 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 I'm proud you've grown some whip. Come on. Okay. Okay. Come on. How are you doing? Good. Yeah. At least not. Yeah. Nice work. Turn on. Okay. One sec. Give it here. Come on. Wo hat's jetzt die Taschenlampe her? No, 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 no. Okay. Okay. Was macht eine Taschenlampe hier unten? Three. One, two, three. Sorry, ich spreche nur aus, was ich die ganze Zeit denke. Das ist schon ein bisschen komisch teilweise. Alright, aber ist ja besser. Waha! Rhys, die Wendung ist hinter dem Oxygen-Tank. Kannst du es festlegen? Nur eine Art Weg, um es zu finden. Oha. Der wird sich jetzt nicht zerschneiden, der Laser. So was gibt es noch nicht. Also, nicht hier unten bestimmt. Wobei sie in Scheibchen geschnitten zu sehen, wäre jetzt auch lustig gewesen, wahrscheinlich, wenn es so was hier geben sollte. Wir haben es geschafft. Das ist gute Nachrichten. Ich dachte, du wirst in den Kasten kommen. Ich glaube, es ist etwas weiter. Also, ich meine, es gibt schon Schneidlaser, aber die funktionieren nicht so, dass man, dass man durchkriegt und ist sofort zerschnitten. Na, klasse. Wer hat denn hier alles zu schlagen, sag mal? War bestimmt mal erkennen. Kinder, 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 Kinder. Ist das auch noch in dem Komplex dort? Also, in dem Labor? Warum haben sie nicht davon gewusst? Ich mag sie. Ich mag Claire irgendwie. Die ist lustig, auch wenn sie bald tot ist, wahrscheinlich. Aber ihr kennt sich hier viel zu gut aus dafür, dass es das erste Mal hier ist, oder? Du großer Hacker, wie wärst du? Du kapst einfach die Verbindung, dass die das nicht mehr öffnen können. Das ist das, was du kapst, was du kapst? Boah, du sprittst dir doch nicht so in den Arm, sag mal. Ah, sie war das. Oh, fucking impeccable timing as always. MI6? Why were you taking them there, Claire? Enseco! Parker. We got a hold of Parker. Half true. I was already en route. I get alerted every time shit hits the fan in one of my labs. We also have the identities of the three intruders. Send them through. These guys. Ach, die sind das, die Bakkikanten. Sleepers, like Malkin. Yeah, yeah, yeah. Guys, 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 there's one security wall between them and us. What have you got? What are our best options, Parker? I need ten more minutes to study these blueprints. That lab was built to contain world-altering alchemy. So excuse me if backdoors weren't part of my thinking. Amy. Encol. Rhys. What? Do you want to listen to a fucking bullshit about Nana Cells again? We've got ten minutes to think without all that shit. I don't want to hang this over. It's not meant for you, but fuck it. You need to see the truth about Kensington and Kinda. What is it? Just watch. Careful, Amy. Always. Die Zellen sind gerade schon aktiv. Ich glaube, die wird nicht mehr lange machen. Claire? Ist doch kein USB-Stick. Warte. This is really lame. Could you hold my hand? Please. Ich konnte nicht mal entscheiden. Warum erzählt sie nicht einfach, was los ist? Warum hat sie das gemacht? Warum wollte sie zu MI6 und sind die Typen mit ihr da? Two files. Picknick. Kensington. Picknick. Which one do you want to watch? Beide vielleicht? Ich wette Picknick, da ist bestimmt ihre Tochter drauf oder ihre Schwester. Die macht's für ihre Schwester. Verständlich. Verständlich. Boah. Beeltern. Alter Schwede. Ich denke, meine Meinung ist das gleiche als yours. So, wenn du wirklich... Play es. ...wann du das? Bitte. Wenn das geht, wird es die UN-Sitzung geben. Was ist das Problem? Wir haben die Uprizing-Village gebrochen. Und du hast Menschen-Trials, um deine Technologie zu erfüllen. Zwei Pferde, eine Stein. Alter. Die drei ganze Village. Deine Wissenschaftler müssen nicht wissen, wie die Daten erzeugt wurden. Der Supreme Leader ist ein Mann von Discretion. Wir glauben, dass du das gleiche bist. Wahrscheinlich. Das ist ziemlich assi. Ja. 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 Nathalie was making duplicates of the Master Badge behind my back. Wissen, die Sachen ausgewählt. Wenn du eine Sekunde gesagt hast, was die Daten anwesendung hat. Man hat mich anwesendungen. und ein Komplex, um seine Träume zu verhindern. Ja, nicht zu nennen Nathalie. Warum hast du uns das vorhin gesagt? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir spielen einfach mal mit jetzt. Aber ich meine, wir wissen ja, was passiert ist. Amy, wir müssen einen Moment nehmen und denken über das, okay? Ich bin gut, ich versuche. Hey, schau. Ich weiß, ich weiß, wenn ich einen sehe. Du wirst nicht Natalie expositieren, nachdem du gerade gesehen hast. Wir müssen uns mit unseren heutigen Predigungen sprechen. Plus, ich... Ich brauche wirklich das Toilett wieder. Boah, er ist doch schon infiziert. Guckt euch mal, wie er aussieht. Guckt euch mal, wie er aussieht, meine ich. Du willst mich, um dich zu helfen und zu helfen? Ich hoffe, ich helfe dir... Nein, nein, du bist gut, du bist gut. Ich werde zu Hause sitzen. Danke, okay. Jetzt hat er schon die Nanos in sich. Hey, wenn wir hierher kommen, würden wir uns verhören, wie du gesagt hast? Pass. Ich hätte nie gedacht, ich hätte diese Frage auf die Frage gestellt. Ja, du machst das richtig, du machst immer. Ein Habit, ich wünschte, ich hätte. Also, ich hätte mich überrasen können, wenn du dich aufst, warst du dich. Warum hast du, Reis? Die Absurdität. Nichts wissen, ob es jemanden ist das richtig zu tun, ob es das zu tun hat, wenn es ihnen zu einem zu einem Leben zu tun hat. Das ist zu viel für mich. The coward isn't the man for you anyway. That wasn't your call to make. We were a team. Hindsight's a bitch, eh? Heard of Mr. Kraken, Fortnite in Eritrea. Where can I sign up for this war-torn world tour you guys were on? Enough with the wisecracks, Claire. I'm not in the mood. I know how you feel, Amy. You lost people that you love. My feelings are trivial compared to yours. The sense of betrayal, I mean. Come on, give us a break. I meant Natalie. It was a dream come true, getting an internship here. A village girl from Kendar. Coming to London. To work. To live. To love. Funny story. On my first day here, I was super late because I thought there was a station in the complex. Turns out I was looking at the tourist tube map. The disused and unfinished stations. Yeah, that's right. The, um, half-built station under the complex. Tabitha Greens. We're so far underground, we must be right on top of it. Tja, überleg doch mal. Das könnte ein Ausweg sein. Aber irgendwie ist es auch unrealistisch. Yeah, you might be right, Claire. Thank you. Anytime. What did I say? We can't go across the void. We tried going up into the vents, but we haven't tried going down. To Tabitha Greens. You need an access point. We might have one. Reese is sitting on it. Ja, wie willst du das machen? I need something that will remove the entire toilet quickly. Eine Bombe vielleicht? Chemie? Zwingen? Ja. You're gonna have to get your hands dirty. Not necessarily. Ich wollte gerade sagen, sie ist doch Chemikerin. Sie weiß doch. Sie ist doch bestimmt ein halber MacGyver. Und jetzt macht so ein riesig großes Stück Potassium ins Wasser. Ich wollte immer sehen, was ein voller Block machen würde. Sieht aus wie Kate Archer so ein bisschen. Lass Amy fallen. Oh, ich hab gar nichts. Oh, echt jetzt. Ich sag doch, er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Aber noch dieser Schrei. Ey, weißt du, die brauchen fünf Minuten, um beide Türen zu öffnen und die dritte, dafür brauchen sie jetzt so lange. Ja. Die verhalten sich ziemlich dämlich, diese Typen. Die letzten Resort-Defense-Mechanism ist der Kicker. Wenn es ein rogues Pathogen detektet, generiert es einen weißen Hechtflash, um die Threads zu eliminieren. Sie ist bereits in den System. Wir sind fucking fucked. Answer, Paul. Answer, Paul. Guys, die Intruders sind jetzt in und wir wissen, warum sie hier sind. Parker, was Optionen haben wir noch? Enough! While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy? That's impossible. I've got my ID card right here. Amy didn't help me. I snuck it to her office and I copied her credentials off her computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. Look, we know about Kindar. Rhys. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the Intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hacked your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cyber security sucks. Even Rhys hacked it easily. Rhys has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Who side are you on Wakefield? You know what? Fuck this. Everyone, calm down. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. Look, we aren't traitors. Help us. Install them. Do something. Amelia, regardless of what we think of each other right now, you're one of my closest friends. Parker. So we're trusting these guys now? Yes, we are. Can the void jam electronics? Negative. Could you reinitialise the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Rhys could. His computer down there is hardwired into the system. All right. Okay, tell me to do it as fast as you can. Oh nein, Claire stirbt, glaube ich. Aren't you good to wear a mask? No. I trust you. I trust you. I trust you. Okay, tell me to do it as fast as you can. Parker told you how to turn the vacuum back on. He... Did. Yeah, don't be on, sir. Not so smug now, are you? We're not out of the woods yet. All right, they're still unlocking the door. One down, two to go. Come on. It's okay, you bastards. Come on. We're in the woods. Have a great day. Go on. Let's go. We're in the woods. Go now. Come on. You're in the woods. Come on. You're in the woods. Warum hat er die jetzt abgeknallt? Dass sie sich nicht um die Maske streiten oder was? Wie blöd. Okay, answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work Wakefield. Appreciate the guidance Parker. Thanks for the lead Natalie. There's still an armed intruder out there. Parker, what else do you have for us? I could go full 90s internet. Unplug the lab, plug it back in. That will kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initialises. Emily has a security team poised to handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. A fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well when could you do this? Whenever you're at... When you get Claire's blood. What the fuck? Natalie. Yes, I know it will kill her. But she's gonna die anyway. She'd be sacrificing herself to save millions. Think Amy. We can't start over again. This has been our lives for the past four years. We're not the only country trying for nanocels. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal. I mean, Reese has that blood eh doch in sich. Von daher, außerdem is it total unethisch. End call. We're trapped in a corner here, Amy. There has to be another way that doesn't involve killing Claire. There isn't. We're trapped. Yeah, by Natalie. The lab's in lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Actually. How? I should have brushed open my needle handling. Look, this is a Mexican standoff we're going to lose. It won't be long until I'm like Claire and eventually the oxygen will run out. So Parker's crazy plan of opening that door is our only hope. Oh, you've changed your tune. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you want to bet? All the evidence of her actions in Kindar is down here. The nanocells are our only leverage. Take her blood. However much you need. Claire, please give me your arm. I thought you were different. Claire. Your arm. Tell me honestly. Can you save me? I don't know. I really don't know. There's almost no chance of it. Your internal physiology is completely changed and I can't predict what's going to happen. You're weak. Look, I don't even know if I'm going to survive this. But if I do, I promise you that... Stop. I've got enough. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. That's what she said. Reese. Close the bioprotector. Claire can live to fight another day. It's about time I contributed an escape plan. What? While Parker was talking me through the vacuum reset, I realised that a full lab reset wouldn't be much different. We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera and recorded the last three minutes of you preparing to extract Claire's blood. I can output that three minutes of footage onto their security feed. While you escape, they'll think you're following orders. How did you come up with this? Sorry to move in. Okay, but what about our last remaining obstacle outside? And why are you speaking in the second person? I'm going to take him out. I'm infected. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Reese, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. And if I die out there, so does he and you, you have a chance. I've been the weak link. It's time to become an asset. Just take Claire, run and save her. Er will sich ja opfern, dann ist okay. Das klingt jetzt fies, aber irgendwie... Fies. No, 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 I've chosen this, okay? That's how you make a life. Every single choice along the way counts. I fucking hate you. You know, I went back to that beach. In Kindar. To face it. Taro and Dima. And I think maybe if I hadn't lost my shit, then we could have saved one of them. Yeah, maybe. I'm sorry for leaving you. I'll never forgive myself for what's happened to you. That's a wise move. You have a far better chance of surviving than I do. Come on. You have all the evidence against Kensington. Make sure the world sees it. No, Claire, I'll do it. Drop here. The bioprotector will stop the lab detecting your infection. And you too can escape. Oh, man, das ist jetzt schwierig. Come on. Aber sie will's ja so. Ah, ich weiß es nicht. Ich opfer Claire. Tut mir leid. I promise, we'll expose Natalie. And we'll share your story with the world. Ach, die arme Claire. Ah. Sie wollte ja nur ihre Familie rächen. Das wird sie jetzt hoffentlich auch erreichen damit. Ich finde es zum Schluss doch recht packend, muss ich sagen. Ich fand es am Anfang so ein bisschen cheesy. Aber jetzt ist es gerade recht packend alles. Die Situation. Did you do that, Parker? No. Wie cool die bleiben, weißt du? Claire. Thank you. Let's do this. Ja, Blitz ist was anderes. Security lab alpha system reset complete. Nailed it, Claire. Oh, it looks good to me. Yeah. She's going to get the Nana cells. Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Nothing. Three minutes. Oh, die sind halt total weggeschmolzen einfach oder weggebrannt. Das ist kein Maschinengewehr. Das ist eine Mac-10 oder eine Uzi oder sowas. All right, careful. Weiß ich doch nicht. Weiß ich doch nicht. Ah! Here. We have to change out of our lab suits. They'll draw too much attention. How bad is it? Can you see the bone? I'm going to go to the disabled toilet and grab the fold-up wheelchair, okay? Change quick. Yes, ma'am. Was ist die kaputte Toilette? Die Behinderten-Toilette, meinst du? Die Behinderten-Toilette, meinst du? Die Behinderten-Toilette, meinst du? Emily wasn't bluffing about the security team. Ich wollte schon sagen, ich hätte es gedacht, ich hätte noch eine Entscheidung treffen können. Ich habe es geschafft, hier wir kommen. Stop right there, Amy Tennant. Ich glaube, drei Minuten sind lange genug. Wir wissen, Wakefield hat NanoCells in his system. Hand ihn über und das kann enden mit der Bloodshed. Das ist clearly bullshit. Just do es, Amy. Grundaggression, was? Aggression. If I hand Reese over, you're just going to kill me. I won't, Amy. I'm not the monster that Claire got you thinking I am. Yeah, well, Claire, no. You just murdered her entire family. Why would he want to kill you? Only you can perfect the NanoCells. I don't work for Natalie anymore. Okay, okay. That's fine. We can extract them from Reese without you and you can walk free. Oh, come on, Amy. You're not really going to do this over a few Kandarians. Oh, come on. What the fuck? What the fuck? Oh, God. Es war mir irgendwie klar, dass es das Falsche ist. Aber einfach diese Aussage von Emily da, boah. Sie hätte eher Reese schießen sollen. I'm Dame Natalie Kensington. Last year, Kensington Corporation Labs garnered a Nobel Peace Prize for the advancement of medical technology. Our breakthrough in NanoCell treatment was crucial to Gordon Grosvenor's Mars landing and has revolutionised the treatment of war zone injuries. Today, our medical tech becomes available to you and your family in all British hospitals. Global medical care begins here. Boah, wie mies, oder? Oh, das Ende war ja aber richtig kacke. Aber mal gucken, vielleicht kann ich ja noch ein anderes Ende spielen. Was haben wir denn hier? Ehrlichkeit 58, Mut 90 Prozent. Ein von neun Endings. Oh mein Gott, es gibt noch acht andere Enden. Krass. Intelligenz, Empfindlichkeit. Ja, Intelligenz 81, Neugierde, Empfindlichkeit. Boah, krass. Was haben wir jetzt hier? Oh, sie ist tot. Sie ist tot. Er ist tot, sie ist tot. Er ist tot. Was? Vier Prozent haben ihn nur getötet. Okay, krass. 82 Prozent. Was, sie hätte überleben können? Persönlichkeitsbeurteilung neurotisch. Ja, ist schon klar. Gut, ich glaube, wir müssen ein neues Spiel starten. Das ist aber blöd. Leute, wer das Spiel was für euch ist, dann kauft es euch doch gerne. Es gibt es jetzt, also auf Steam gibt es das oder keine Ahnung wo. Kauft es euch einfach. Mir hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Und, ja, keine Ahnung. Also, ich werde mal gucken, ob ich vielleicht noch so ein anderes Ende präsentieren kann hier. Vielleicht finde ich irgendwo die Video-Files. Aber nee, das wäre ein bisschen cheap. Wir lassen es einfach so, wie es ist. Wir lassen es, wie es ist. Und ich danke fürs Zusehen. Gerne noch einen Daumen nach oben, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Einteiler. Ja, tschüss, macht's gut. Ich bin der Bruga.